Ja, tach! Hallo, hallo, test, test, test. One, two, win it two. Du darfst! Ich darf wieder. Da hat irgendwas gefeedbackt am Schluss. Hier, Abstandsmesser. Zwei Arme lünen. Wenn ich drüber nachdenke, will ich lieber Geld... Nee, was wollte ich lieber? Zwei Arme lünen. Ich bin nervös, ey. Stimmgerät? Okay, ich bin gespannt, was wir jetzt dann gleich spielen. Mach jetzt, Matty. Ja, unser letzter Song, den wir mitgebracht haben heute... Ach, dieser Mikrostellner treibt mich echt den Wahnsinn. Okay. Dann würde ich mal anfangen. Funktioniert. So, ihr habt's fast geschafft. Ähm, der letzte Song ist jetzt an der Reihe. Oh, Mann. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Oh! Soll man anfangen? Hoffentlich habe ich keinen Texthänger. Nee, was wollte ich lieber? 3, 4 Ich nehme lediglich meine Gitarre. Ich habe extra für den Anlass heute. 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 Erstmal kurz die Kehle befeuchten. Ist keine Schleichwerbung, aber gutes Bier. Ich nuschel sowieso. Versteht eh niemand was. Das ist komisch, wenn man nur den Stuhlknarren hört. Ja vor allem, der ist ja neu, oder? Ich muss den gleich mal mit WD40 behandeln. Hauptsache er hat 30. Oh, da klatscht ja doch jemand. Das wäre jetzt der Part gewesen, wo eigentlich die Menschenmassen alle mitsingen. Das holen wir aber alles nach, wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist. Junge, ist das heiß hier? Ich schwöre es, gell? Passt du so eine Klappe? Alternativ auch den Kopf gegen den Tisch schlagen. Danke Rolf. Immer noch ein Lied oder zwei noch. Eins, zwei. Liebe Grüße. Hoffentlich bis bald in live. Ja. Habe ich überzogen? Geht ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Was hat euch denn am besten gefallen? Zwei armen. Fini do. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.